Musik Ein Rückblick auf die letzten zwei Jahre Graffiti-AG. Hier im Werner-von-Siemens-Gymnasium hat alles angefangen. Ich, Melina Groß, damals in der 11. Klasse, trommelte mit Aushängen ein paar Schüler zusammen. Wie fandest du die Phase des Zeichnens? Für viele war dies der erste Umgang mit den Spraydosen. Und auch wenn alle unterschiedlich schnell lernten, hatten wir doch alle Spaß beim Hinterlassen unserer farbigen Markierungen an der Übungswand. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020